So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Minus auf meinem Kanal Ramses der Dicke, jetzt muss ich erstmal überlegen. Wir wollen wieder ein bisschen GBL spielen, wir haben ja jetzt schon eine Folge in der Superliga gemacht, eine Folge in der Hyperliga. In der Hyperliga habe ich aber mit dem Samyang gespielt, damit er sein Level 50 noch schafft. Wir mussten ja Rang 10 erreichen, ohne Skills. Und jetzt ist der Hauptaccount zurück. Wir sind in der Meisterliga und ich werde jetzt mal gucken, wie weit ich heute komme, wie viele Sätze ich spiele, ob ich mich gut schlage oder nicht. Ich werde wie immer das alte, eingeschweißte Team nehmen, was ich immer nehme, was bestimmt nicht Meta ist, aber mit dem ich einfach immer zocke. So, das heißt, wir haben Togekiss im Lead mit komischen Attacken, die werdet ihr dann aber sehen. Wenn es soweit ist, die Yalga Grigatina, genau, das sind alles 100%iger auf Level 50. Oh mein Gott! Weil ich natürlich sehr viel raide und gerade auch legendäre raide, bis die dann 100% sind und genügend XL habe, also die Yalga Grigatina, ne? Die wachsen nicht auf Bäumen, sage ich mal dazu. Die wachsen nicht auf Bäumen, die fliegen aus den Raids raus und das heißt, die Meisterliga ist dann eigentlich die Pay-Liga. Da, die, die am meisten Geld ausgeben, die haben da meistens die besten Chancen. Muss aber nicht sein, gibt auch viele Nicht-Legendäre in der Wildnis, die andere sich so holen. Und ihr seht schon, der Gegner hat einen Dragoran. Zack, da komme ich doch gleich mit meinem Togekiss und mache ein paar Rückwärts-Saldos vor Freude. Würde jetzt... Was kann der eigentlich? Der kann? Ich weiß nicht, was er kann. Kann er überhaupt irgendwas? Er macht irgendwas. Bringt er mich jetzt um? Oh mein Gott, ich weiß nicht, was er hat. Ich lasse es mal durch. Der hat bestimmt Orkan. Trago-Medeon, na, das dürfte ja jetzt gar keinen Schaden machen, aber sein Angriff sinkt und er ist tot. Gut, haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Es lädt und lädt und lädt, da kommt ein Metagross. Würde ich normalerweise jetzt aufs Giratina wechseln, aber wenn ich wechsle, wechselt er vielleicht auch. Also bleiben wir einfach mal drin und machen noch ein paar Rückwärts-Saldos, denn unser Angriff ist gerade gestiegen und die Verteidigung ist auch gestiegen. Und ich kann sogar ihm ein Schild rauslocken plus das zweite Mal eine Latte-Attacke zünden. Der hat, der lädt bestimmt jetzt sinnlos auf, weil er weiß, er ist ganz gut gegen mich. Aber jetzt kann ich ja immer noch meinen Giratina holen, weil das eine Geist-Attacken hat. Und falls er irgendwas gegen das Giratina, also wenn er jetzt rauswechselt, er wechselt nicht, er bleibt einfach stehen. Er bleibt einfach stehen. Dann schilde ich mal nicht, ich bin ja erst frisch reingekommen. Erdbeben, hm, hat die Hälfte abgezogen und kommt noch eins hinterher. Wir haben hier Unheilböen. Ich gehe auf Nummer sicher, denn wenn der noch ein Erdbeben hat, bin ich tot. Also machen wir schnell Unheilböen und entweder wehrt er jetzt ab oder er ist auch tot. Er hat noch ein Schild. Mein Zeugs steigt, wie ich gerade sehe. Also Angriff und Verteidigung steigert sich bei mir gegnerische Attacke. Ich schilde jetzt einmal, damit ich nicht auch tot bin, da ich ja gerade schon meine Attacke eingeloggt habe. So. Dann hoffe ich, dass er sein zweites Schild jetzt nimmt. Und dann habe ich noch das dicke, fette Dialga übrig, obwohl er Kampf gegen meinen Stahl dann hat. Aber, ja, das ist erstmal wurscht. Wir arbeiten uns hier vor. Wir können jetzt gemütlich auch Spukball aufladen. Wir warten so lange, bis Spukball fertig ist. Setzen nochmal ein Schild ein. Dann müsste das der erste Win für uns sein. Kreuzi. Spukball ist voll. Genau. Theoretisch hätte er jetzt auch aufgeben können, aber das macht man ja nicht. Dann kriegt man noch, wie bei Raider Mittwoch gezeigt, eine Medaille, die der Klotzi verdient hat, für tausendmal aufgeben. Rage quit. Tausendmal Rage quitten und dann kriegt man eine Pladin-Medaille. Wer das glaubt, guckt es euch an, dann wisst ihr, was gemeint ist. Ich habe übrigens hier diese super geniale Hose gekauft. Beim Neujahrsevent gab es ja diese super Pose, wo ihr hier das ganze Bier aus dem Becher spritzt. Und gleichzeitig gab es auch diese Hose. Ich habe mir nicht das ganze Outfit gekauft, weil ich finde diese Jacke immer noch genial. Diesen ganzen Stickern drauf und diesen ganzen Aufnähern. Aber die Hose hat mir irgendwie gefallen. Wieder mal ein Dragoran als allererstes. Der wechselt jetzt aber bestimmt. Genau. Er wechselt auf Mewtwo. Aber selbst bei Mewtwo bleibe ich meistens sogar mit Toggekiss drin. Und opfert das sozusagen ein bisschen Psycho-Stoß. Ja, setzt mir erst mal zu. Den zweiten müsste ich abwehren. Aber ihr seht, ich komme erst mal gut voran. Wäre jetzt ein ab. Mach nochmal meinen Antikkraft drauf. Den muss er auch abwehren, sonst ist er auch tot. Also, gegen Dragoran kann ich ja auch immer noch Dialga nutzen oder sowas. Das würde ja gehen. Der hat ja auch Drachen-Moves als Quick-Moves. Jetzt schnell. Mach irgendwas. Mach was. Er bringt dich um. Ja, komm, lass ruhig sterben. Weil es ist eigentlich egal, mit was ich jetzt reinkomme. Er ist dann eh tot. So. Jetzt pass auf. Schlau denken. Geist gegen Mewtwo. Zack. Er holt bestimmt seinen Dragoran. Kann mit Drachenattacken gegen mich kämpfen. Ich wechsle also nochmal. Ach nee, verdammt. Er kann ja auch wechseln. Hahaha. Habe ich es wieder verkackt. So. Gut. Wir haben es verkackt erst mal. Jetzt hat er auch noch Boden. Ich kann nicht wechseln. Ah. Wäre ich drin geblieben. Das Problem ist, dass mein Giratina ja nur Geistattacken hat. Jetzt sofort. Das heißt, ich hätte kaum Schaden gemacht. Aber er hätte viel Schaden gemacht. Wir müssen uns also jetzt versuchen, hier durchzufuchsen. Und egal, ob der jetzt Feuerschlag hat oder Erdbeben. Beides ist auf jeden Fall effektiv gegen mich. Wir müssen also ein bisschen aushalten und ihn versuchen, mit den Quick-Moves runter zu batchen. Da fehlt nur noch ganz wenig. Schaffe ich es, diese Attacke zu überleben? Dann ist es noch gar nicht so schlimm. Weil eigentlich bräuchte ich, dass die Jager ein bisschen, ah, wir überleben es nicht. Okay. Und jetzt hat er auch noch ein Schild. Hm. Komm mit Unheilböen. Er hat noch ein Schild. Wir müssen das eine Schild von ihm noch loswerden. Und dann hoffen, dass wir mit einem Spukball den Sack zumachen, wenn wir es so lange überleben. Wir werden es wahrscheinlich nicht so lange überleben. Oh, er greift an. Er hat bestimmt Drachenklaue oder irgendwas. Ich will gar nicht hingucken. Oh, ich habe hier drüben auch noch Augen. Ich sehe alles. Wir leben noch. Kommt dann noch ein Spukball durch. Reicht der? Er hat noch über die Hälfte an Energie. Aber spukbar ist er eigentlich fett. Da jetzt Schemenkraft nutzen, Ramses. Dann hätte es gereicht. Du siehst, das reicht nicht. Nein! Wieso denn? Ich hatte noch so viel Energie. Und er hatte nur noch so wenig. Aber es hat bei ihm einfach gar nichts mehr gemacht. Es hat gehangen. Wegen dem WLAN. Und jetzt bin ich tot. Was hat Shinox im letzten Stream gesagt? Niemals GBL im WLAN spielen. Was habe ich ihm erklärt? Ich muss für Ramses Minus immer im WLAN spielen. Da ich ja meinen Bildschirm übertrage auf den PC, um den aufzunehmen. Ihr seht, da oben ist ein Flugmodus-Symbol. In dem Handy ist auch keine Karte drin und so Zeug. Das heißt, ich muss im WLAN spielen. Sonst könnte ich den Bildschirm nicht zeigen. Das heißt natürlich, dass da immer mal auch ein paar Hänger drin sind. Die Hänger kommen nämlich nur davon. Jetzt habe ich den Anfang total verpasst. Er hat auf jeden Fall rausgewechselt. Auf Metagross. Das ist sehr gut. Weil ich habe ja hier einen guten Konto gegen Metagross. Der jetzt hoffentlich sein Schild auch nutzt. So. Oder? Er nutzt sein Schild. Genau. Weil er zuerst sein Schild genutzt hat. Nutze ich auch mal mein Schild. Gerade jetzt auch, wo es meinen Angriff und meine Verteidigung gesteigert hat. Ist das sehr gut. Ich bin immer ein Fan davon, nicht zu schilden, bis der Gegner geschildet hat. Denn wenn der Gegner geschildet hat, dann traue ich mich auch erst zu schilden. Weil dann ist irgendwie man immer im Verfolgungsmodus sozusagen. Dann verfolgst du den Gegner. So. Er kommt zurück und hat jetzt auch die gierige Tina. Wir sind ja eh gleich tot. Machen aber wieder unseren Low-Move. Der halt nicht so krass ist. Andere hätten da jetzt auch wieder Drache drin. Und nur Spukballer. Wie ihr seht, das fetzt hier trotzdem rein. Kriege ich den nochmal? Kriege ich den nochmal? Nein, ich kriege den nicht nochmal. Ich bin tot. Aber lasst Tocke-Kiss rein, ich weiß nicht. Was hat denn er als erstes gehabt? Haben wir das schon gesehen? Wir holen Tocke-Kiss, machen einen Rückwärtssaldo hoffentlich. Ich lasse es jetzt einmal durch in der Hoffnung, dass er mit Drachen angreift. Spukball. Das ist egal, das ist egal. Lass dich nicht irritieren. Wir haben trotzdem beide noch ein Schild. Ich habe noch ein fettes. Und er hat noch einen Drachen da. Genial. Er gibt auf. Er gibt auf. Jetzt wollte ich sagen 3 zu 0. Aber ich habe den zweiten ja verloren. Also kann ich das gar nicht sagen. So. 2 zu 1. Klingt halt nicht so schön. Aber egal. Mein Ziel ist es ja trotzdem immer, in den 5 Matches wenigstens 3 zu gewinnen, dass ich die Pokémon-Belohnung bekomme. Es würde sogar reichen, in dem 5er Set nur einen einzigen Kampf zu gewinnen. Und du würdest trotzdem im Rang aufsteigen. Wir sind ja auf Rang 9. Müssen zu Rang 10. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Mist erzählt. Ich hoffe, das passt noch so. So, hier ist Felinara drin. Da kann ich auf keinen Fall eins von den anderen beiden holen. Ich muss also sowieso mit Toggekiss hier bleiben. Muss jetzt alles raushauen, was ich hier zu bieten habe. Erstmal Antikkraft. Bitte steigere meinen Angriff und steigere meine Verteidigung. Das würde mir jetzt sehr gut schmecken. Und? Nix. Man kann nicht alles haben. Aber weil ich das ja unbedingt brauche. Ja, wir schilden mal. Vielleicht hat er... Der nimmt eh noch einen Drachen rein. Er nimmt eh noch einen Drachen rein. Deswegen haut er ihn raus. Er hat gewechselt. Es ist ein Metagross am Start. Wir wechseln auch mal. Er kann bestimmt jetzt auch wieder wechseln. Wechselt er? Ja, er wechselt. Genau. Aber auf Knackrack, das ist jetzt nicht so gut. Vor allem, weil Knackrack dann natürlich auch unserem Dialga auf den Sengel geht. Er schildet auch nicht. Er ist schlau. Und vor allem, er hat noch zwei. Ich will trotzdem mit dem jetzt weitermachen. Das Toggekiss hat nicht mehr so... Ah, Sandgrab. Das hat er wieder geschickt gemacht. Sandgrab, Sandgrab. Lass mal Spukball draufhauen. Entweder Schild weg oder der Spukball trifft ihn komplett. Komm, nimm ein Schild. Genau. Und jetzt kann ich ja nichts anderes machen. Ich bin tot. Er kommt gleich mit dem Sandgrab wahrscheinlich. Aber wir haben noch unser Toggekiss. Toggekiss machen, Rückwärtssaldo. Schnell. Ich glaube, Antikkraft war voll. Ich glaube, der bringt mich um. Egal, was er gerade macht. Auch wenn er Drache ist. Wutanfall. Ja. So, eins, zwei. Der weg. Er hat noch ein Schild. Jetzt kommt es wirklich darauf an, was er hat. Er hat Stahl. Er hat Metacross. Er hat eine... Oh, der hat wieder hier Kampf. Kannst du gleich sein lassen. Der kämpft jetzt hier mit Erdbeben. Diesen Kampf-Move habe ich gemeint. Dieser Erdbeben da. Das heißt, ja, schon wieder verloren. Wir kommen aber gar nicht mehr zum Draco-Meteor. Braucht man nicht. Hätte er eh abgewehrt. Wäre man eh schwach. Ach, also egal. Minus. Habt ihr schon das Aquana gesehen? Hier unten in der Ecke ist das nicht schön. Guck mal, hier unter mir ist ein Aquana, ja. Das ist unser Januar-Maskottchen. Ein Scorpions hat die Raidmania wieder gewonnen. Er hat dann im Chat gesagt, Der Erste, der blablabla in den Chat schreibt und das richtig schreibt, der darf das Maskottchen bestimmen. Hat er bestimmt. Und dann haben ein paar was geschrieben. Dann war es ein bisschen falsch. Und dann Genaya hat es richtig geschrieben. Und dann durfte sie es aussuchen. Und sie hat mir dieses Bild geschickt, was jetzt für den Januar gelten soll. So, 2 zu 2. Verdammt nochmal. 3, 8, 3, 4. Vielleicht soll ich auch umswitchen. Ich meine, guck mal, ich habe immer Togekiss gegen die ganzen Feen. Warum nehme ich nicht eigentlich auch Felinara? Weil Togekiss ein bisschen höher kommt, aber hat ja trotzdem komische Schwächen. Also wenn ich mir das angucke, das Fliegende ist nicht so gut. Vielleicht sollte ich vielleicht sollte ich auch Togekiss mal austauschen gegen Felinara. Was hat Felinara für Attacken? Der macht jetzt hier Psychoschock. Brauche ich Psycho-Attacken? Eigentlich nicht. Vielleicht hat das Felinara gar keine Feen Attacken. Und Felinara hat ja nur ganz normal Fee und nicht noch Flug. Also ist es doch eigentlich besser, wenn man nur ein Typ hat, weil man dann nicht so anfällig ist. Oder sehe ich das falsch? Jetzt müsstet ihr sagen, dass es genau richtig Ramses ist. Aber irgendwie redet gerade keiner mit mir. So, dann holen wir hier unseren Eudel rein. Ich weiß nicht, was ein Eudel ist, aber wir haben ihn auf jeden Fall reingeholt. Jetzt wechselt er raus. Geht wieder auf Knackrack. Ich muss auch raus wechseln. Das geht leider nicht anders. Er hat jetzt abgewehrt. Wir kommen hier rein mit die Yalga. Das ist trotzdem wenigstens Drache gegen Drache. Er hat noch Boden-Move. Ich hoffe, wir können... Ich bin schon fertig. Er noch nicht. Was füllt er denn auf? Ich habe noch ein Schild. Ich wollte jetzt auf Drago Medior, weil er hat kein Schild mehr, dass ich ihn umruße. Aber wahrscheinlich reicht es auch so schon, wenn ich drauf haue, dass der umgerust wird. Der ist auch weg. Okay. Das sieht doch gut aus. Und jetzt nur noch Kyokre drin. Aber wir haben immer noch ein Schild. Wir nehmen jetzt einfach mal das Schild und gucken mal, ob wir den Rest mit die Yalga noch machen können. So. Was bevorzugt ihr? Torgekiss oder Felinara? Was ist in euren Augen der bessere Feeangreifer gegen die Drachen? Irgendwie ist Felinara ja auch erst in letzter Zeit so vertreten. Hallo. Früher haben alle Torgekiss gespielt. Und weil ich ja im Frühjahr gelebt habe, im Frühjahr, im Frühjahr, bin ich immer noch auf Torgekiss hängen geblieben. Ich will ihn nicht umsonst gepusht haben. Wir holen jetzt hier wieder ab und haben ein super geniales Seemops. So. Können wir gleich bewerten. Und wahrscheinlich auch direkt wegwerfen. Ah, die schläft. Wer sich fragt, was das ist. Eine Katze. Eine schlafende Katze. Und wir haben 10, 11, 13 oder 12. Weiß ich nicht. Damit es auf jeden Fall Rang 10 erreicht. Unser Ziel wird wieder sein, auf Rang 20 zu kommen. Dieses Seesen beziehungsweise Rang 21. Meistens bin ich ja, wenn ich die 20 habe, kann ich 5 verlieren und bin trotzdem dann 21, weil ich mehr Punkte habe, als wie man braucht, um bei der 20 einzusteigen. Ich steige meistens so mit 2.100 Punkten ein bei der 20 und habe damit 100 mehr, sodass das reicht und ich sogar 5 verlieren kann. 21 ist gut, mehr habe ich nie geschafft und jetzt haben wir hier Unlicht. Äh, äh, Unlicht wechselt wieder auf Mewtwo. Jetzt haben wir den gleichen Spaß wie vorhin. Eigentlich kann ich mir das gar nicht erlauben, sehe ich gerade. Weil der was war ich denn gegen Unlicht? Ich kann ja nicht meinen Girardina reinholen. Da bräuchte ich hier wieder meinen, äh, Dialga, aber der hat halt, der greift ja gar nicht an. Der ist so, so groß mit seinen Angriffen. Ich glaube, ich versuche mal meinen Toggekiss mit allen Mitteln zu verteidigen und bei Laune zu halten. Weil wenn der extra rauswechselt, wenn er das sieht, dann heißt das, er hat Angst davor. Ich habe gerade eine Denkblockade, der Herr. Nein! Geh doch weg! Warum greifst du denn nochmal an? Ich habe mich schon gewundert, da ist jedes Mal, bevor ich meinen Move habe, hat er zweimal Psycho-Stoß gemacht und diesmal hat er es nur einmal gemacht. Klar, dass es da einen Haken gibt. So. Kommt er zurück? er kommt mit Stahl um die Ecke. Melmetal. Oh, ist das schmierig. Jetzt holt er das rein. Ich habe es gewusst. Schon ist er effektiv gegen mich und ich kann nichts mehr machen. Fängt ja schon gut an, dieses zweite Set. Ja, was macht man denn jetzt? Außerdem hat er auch noch ein Schild. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Aber der denkt, ich bin schwach. Vielleicht schaffe ich es ja, einen Spukball durchzubringen. Den würde er sicherlich jetzt abwehren. Er hat bestimmt mitgezählt. Aber das wird immer ganz kurz nacheinander voll. Vielleicht zählt er auch nicht und denkt, ach, das ist wieder Unheilböen. Oh, er hat es durchgelassen. Das ist schon mal gut. Bringt mich aber trotzdem nicht wirklich weiter. Jetzt hätte ich fast Unheilböen nochmal voll gehabt, aber ich bin tot. Also mit was komme ich jetzt? Jetzt könnte ich es probieren. Mit Toggekiss. Um zu gucken, warum der vom Toggekiss Angst hatte. Er hat schon wieder eine Attacke voll. Dieser schmierige Rotz. Finster Aura. Tot. Und jetzt kommt noch das Dialga rein. So, Dialga, du musst jetzt den Rest machen. Nein, da kommt natürlich Melmetal. Der hat jetzt aber Kraftkoloss oder irgendwas. Drago Meteor kann ich nicht machen. Dann hast du gleich gar keinen Angriff mehr. Also, bleibt uns ja nur übrig, mit Eisenschädel da drauf zu hauen. Kraftkoloss. War das Kraftkoloss? Dann müsstest du trotzdem aber seinen Angriff schwächen, oder? Kraftkoloss. Okay. Und? Verteidigung sinkt, Angriff sinkt. Aber er kann ja gleich nochmal machen. Ist ja okay. Bis ich einen Move voll habe, kann er den 10 mal machen. Dann ist auch egal, ob der nicht mehr so viel Schaden macht. Er bringt einen ja trotzdem um. Hat noch zwei Pokémon übrig und noch ein Schild. Was ein Gemeiner, du. Was ein Gemeiner. Einen verloren. Okay, okay. Zwei darf ich. Zwei darf ich. Klau mir jetzt nicht. Ne, warte nochmal. Es gibt gar keine Pokémon-Belohnung. Ich glaube, da gab es fünfmal Bären. Da kann ich ja auch alle fünf verlieren. Aber ich glaube, dann steige ich nicht auf. Also. Ich muss mir mal diese Übersicht irgendwo ausdrucken und die Wand kleben. Das ist doch jetzt auch schon wieder Rotz. Ja, ich wechsle. Ja, komm. Du wechselst auch. Hey. Oh, du hast da Grei. Du bist der Beste. Komm, ich fange gleich mit Spukball an. Irgendwie, wenn ich sehe, dass da ein Melmetal ist, habe ich schon keine Lust mehr. Geht es euch auch so? Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt probieren wir genau dasselbe. Nochmal. Hey, komm, ich wehre natürlich auch ab. Was will ich denn noch machen? Ich brauche das Giratina. Du kannst nicht mit irgendwas anderen jetzt kommen. Deswegen, lass mich das mal voll machen. Lass mich da nochmal draufzimmern. Natürlich darf ich nicht vor dir angreifen, aber ich muss es trotzdem abwehren. Beim nächsten Mal mache ich was viel, viel Besseres. Jetzt hätte ich wahrscheinlich den anderen Move nehmen sollen, weil er jetzt damit rechnet, dass ich wieder Spukball mache und er nochmal abwehre. Ich glaube, das wäre taktisch besser gewesen. Nee. Aber er hat gedacht, dass ich gedacht habe, dass er gedacht hat und deswegen hat er nicht abgewehrt, weil er dachte, ich mache doch den kleinen und hebe mir den anderen auf, weil ich nicht so dumm bin, zweimal den großen zu machen. Ich habe ihn ausgekontert durch meine Unwissenheit. Finster Aura. Tod. Tja, jetzt können wir ja mal probieren, was passiert, wenn man ein Umdreher und weg ist er. Und er holt natürlich wieder sein schmieriges Melmetal rein und macht jetzt hier einen Blitz. Steinhagel meine ich. Hä, kann der nicht? Achso, das macht ja sein. Da sind wir an dem Punkt, wo Filinara doch einfach eine deutlich bessere Figur macht, oder nicht? Weil er greift mit Steinhagel an, das würde das Filinara gar nicht so treffen. Trifft aber das Toggle Kiss, weil es Flug hat. Er greift mit hier Dings, Elektrozeugs an, im Quick Move, was natürlich das Toggle Kiss auch trifft. Würde das Filinara doch auch nicht so treffen, aber allgemein, glaube ich, hat Filinara nicht so hohe Verteidigungswerte und kann halt nicht so viel einstecken wie ein Toggle Kiss. Aber in solchen Fällen ist vielleicht trotzdem Filinara besser. Ich kann eigentlich schon aufgeben hier. Der bringt mich um. Ich komme mit Toggle Kiss, ich schaffe vielleicht hier noch zwei Umdrehungen. Dann hat er immer noch sein schmieriges Melmetal mit einem Steinhagel machen können, aber ne. Zack und weg damit, weggefeuert. Das ist ja herrlich. Das ist aber ja wieder mal zwei verloren nacheinander. Das kann doch nicht sein. Hört jetzt auf mit eurem Melmetal oder wechselt die dann erst ein, sodass ich auch ein wechseln kann. Es ist ja immer noch was anderes, aber wenn er mit Melmetal anfängt, muss ich kontern, äh, muss ich wechseln. Und wenn ich zuerst wechsle, habe ich schon so gut wie verloren. Und es ist Toggle Kiss, way, Traktorrennen. Mal gucken, wer mehr WP hat. 3,8 gegen 3,3. Da bin ich doch leicht im Vorteil. Ihr seht, er macht genauso viel Schaden wie ich, egal was ich mache. Jetzt, ich bin, er ist gelb, ich bin gelb, er ist eher gelb geworden, ich bin später gelb geworden, weil es sind gelb, eigentlich bin ich weiß. Diesmal bin ich gelb. Hier macht es natürlich jetzt aber gut, wenn ich Antikkraft habe, gesteilt, falls ich auf ein anderes Toggle Kiss treffe, ist das natürlich wieder eine gute Sache, dass wir Toggle Kiss haben und wir Gesteins Attacken machen können. Der ist bestimmt tot, bevor ich noch einen Move mache, was gut ist, denn dann habe ich das schon voll für sein Mewtwo, was jetzt kommt. Und was kommt ein Mewtwo genau? Wie leicht er durchschaubar ist? Aber egal, dann nimm mal hier mehr ab, genau, du hast kein Schild mehr, ich habe noch Schild, jetzt kann ich aber mein Geratina nehmen, was hoffentlich sich von dir nicht so beeindrucken lässt. Du machst vielleicht Spukball, vielleicht Psychostoß weiter, bei den meisten denke ich, die haben eh nur einen Move, hat auch nur Psychostoß, naja, egal, aber hier einmal Wischen auf Escaflown, einmal drücken, 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 unheilböen, draufgezimmer, weg, was hat er jetzt, Erde, Groudon, oh, das ist gefährlich, obwohl, das ist gefährlicher wieder gegen mein Dialga, also bleiben wir lieber hier mit dem Otto am Start, so, der dürfte doch ein Erdbeben überleben, dann würde ich wahrscheinlich aber wechseln, und aufs Dialga und den Rest machen, hier guck, er lebt noch, nein, ich habe vergessen, ich habe doch gedrückt, natürlich hat er nicht gewechselt, wahrscheinlich habe ich gar nicht gedrückt, das ist nämlich das, was ich wollte, weißt du was, dann wechsle ich einfach gar nicht, ich habe auch nicht gedrückt zum wechseln, ich wollte doch nur wechseln, ein bisschen angreifen und wenn das Dialga noch macht oder dann stirbt, bis er dann wieder angreifen kann, dann kann ich hier den Rest machen, er hat einfach noch eine Attacke rausgehauen und noch eine, noch eine, noch eine, also so war das nicht geplant, so, aber ein Sieg, jetzt müsste ich die nächsten zwei aber gewinnen, unbedingt, guck mal, 25 Minuten, ey, was haben wir in der Hyperliga in 15 Minuten 10 Kämpfe gemacht, denn jetzt in 25 Minuten sind wir gerade mal bei Kampf Nummer 8, nee, Kampf Nummer 9, Togekiss, Togekiss, gefällt mir, 3837, mal gucken, ob es so endet wie eben, dass er er gelb wird, ich er angreifen kann, er schildert, ich dann schilde, er dann tot ist und alle sich freuen, nee, er wechselt schon mal raus, er wechselt raus auf Melmetal, das ist okay, das ist okay, dagegen sage ich nichts, und guck, der greift einmal an und kann direkt seinen Move machen, das ist so ein hässliches Vieh, ich hasse das komplett, damit was greifen wir jetzt an, mit Spukball, wir müssen auf Nummer sicher gehen, wir müssen alle Schilde rausloggen, oder wir müssen einfach draufzimmern, also brauchen wir Spukball, so, weil er schon einmal angegriffen hat und abgewehrt hat, können wir auch irgendwann mal abwehren, aber erstmal gucken, was er noch macht, nochmal Stein hageln, dann können wir noch mindestens ein Essen, jetzt habe ich schon gedrückt, dann wäre ich jetzt ab, ist mir jetzt egal, dann wäre ich jetzt, aber wenn ich jetzt ab wäre, will ich trotzdem jetzt bitte Spukball haben, nein, jetzt hat es natürlich schon Unheilböhn eingelockt, so, dann mach den halt mal, er wehrt ab, er wehrt ab, er wehrt ab, und jetzt wehrt er nochmal ab, nee, er geht, er wechselt auf, Torgekiss, lass mich angreifen zuerst, was macht der, was macht der, wer ist so drin geblieben, das war doch gerade so gut, du hast kein, doch, du hast noch ein Schild, nee, du hast kein Schild mehr, ich habe noch ein Schild, ich muss aber abwehren, der bringt mich um, macht Flammenwurf, der hätte mich nicht umgebracht, ah, ich habe es versaut, er kommt wieder rein, wieder mit dem Melmetal, dann bringt er mich jetzt um, aber ich muss jetzt mit dem, ah, jetzt habe ich mein Schild nicht mehr, Steinhagel, komm zurück, nee, warte mal, du hast nichts mehr, ich probiere es jetzt trotzdem, hier, aber auf Unheilböen, den kleinen Move, um ein bisschen Schaden zu machen, und dann habe ich hoffentlich, mit Dialga, nur noch zwei Quick Moves, die ich machen muss, bis das Ding Tode ist, so schnell konnte ich auch nicht wechseln, ich hätte jetzt auch wechseln können, dass er seinen Move, den er hat, einfach da drauf zimmert, aber, nee, egal, so, noch ein Steinhagel, ist tot, und jetzt Dialga, bitte, halte durch, greife schnell an, lass dich nicht irritieren, wenn der zweimal hintereinander seinen Move macht, bist du tot, einen hältst du bestimmt aus, den zweiten nicht, ich hoffe, der hat nicht nochmal seinen, Kraftkoloss voll, bitte, nein, was ist das denn, und nimmt der jetzt das Giratina her, ich mache einfach Drago Medio, dann ist das vielleicht tot, dann mache ich keinen Schaden mehr, aber er hat immer noch, oh mein Gott, es ist tot, er kommt rein, er hat Melmetal und, was ist, ahhh, Melmetal ist tot, offiziell, Melmetal ist tot, du hast gewonnen, das war jetzt spannend, glaube ich, könnte man so, machen, zwei gewonnen, nacheinander, deswegen habe ich, absichtlich, die ersten zwei verloren, damit man jetzt, beim, äh, fünften, das entscheidende Match hat, Melmetal ist tot, Slaying Beast, ich muss mir das mal aufschreiben, dann, Mewtwo, hat aber nur 4,1, ist also kein hohes, auch 4,7, ist nur 4,1, okay, wir werden mal einmal ab, Psycho Stoß, wir dürfen sogar jetzt angreifen, okay, wir bleiben jetzt mit dem drin, er ist tot, er schildet gar nicht, er geht so raus, Verteidigung steigt, alles andere steigt auch, nochmal Antikkraft drauf, das Ding ist auch gleich tot von ihm, was wird da denn los, ist das ein gutes Match, er wehrt ab, mein Angriff steigert sich nochmal, und die Verteidigung, er ist schon wieder tot, und jetzt sehe ich wenigstens, was er so hat, Despotar, äh, Despotar, äh, ich nehme jetzt einfach Giratina, egal, der ist zwar jetzt gut gegen mich, aber das dauert, glaube ich, auch 300 Jahre, bis der seinen Move aufgeladen hat, deswegen werfe ich halt ein paar Spukbälle drauf, so, Spukball 1, was ist denn mit ihm, wieso wehrt er denn nicht ab, jetzt wechsle ich mal raus, denn wenn er jetzt mit Unlicht kommt, hehehe, dann kann er ruhig hier draufhauen, knirscher, guck, aber ich habe jetzt die Alga am Start, und mache jetzt, bam, 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 Junge, was ist los mit dir, stirb mit deinem Schild, so, mit Schild gestorben, mel, mel, tal, ist, so, die müssen wir aufschreiben, wegen dem Titel, ne, so, haben wir es wieder spannend gemacht, ach ne, hier gibt es keine Bären, hier gibt es keine Bonbons, hier gibt es gar nichts, hier gibt es Staub, und wir sind auf der Elf, auf der Elf gestiegen, und nochmal eins, ach, weiter, 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 vielleicht sollte ich doch irgendwann aber mal für die Nara ausprobieren, was ist das, wer macht hier Zeug, was ist das, kuliki-ram, tui-ge-kies, tui, oder tui, vielleicht sollte ich es auch machen wie andere, einfach nur 15 Minuten Video, und nicht immer eine Stunde, wir sind jetzt schon wieder bei, eineinhalb, bei einer halben meine ich, jeden Tag einfach, ein Fünfer Set, 15 Minuten und hochgeladen, mein neuer Kanal, jetzt neu, also, weil er neu ist, ist er neu, genau, mein neuer, neuer Kanal, der neu ist, ne, weiß nicht, also, wenn ich mal wirklich nichts habe, was ich machen kann, könnte man eigentlich immer mal eine Gbf-Folge bringen, auch, wenn es nur eine kleine ist, einfach mal ein Fünfer Set raushauen, kurz, als Lückenfüller, jetzt, wo ich keine Eierbrot Videos mehr mache, mache ich jetzt immer ein Fünfer Gbf-L-Ding, so, ich sterbe, ich sehe es doch schon, ich sterbe, ich weiß nicht, was der noch hat, ich lasse mich mal umbringen, ich möchte mit dem Giratiner, nämlich den Rest machen, so, Giratiner, jetzt mach du mal den Rest, eins, eins, zwei, drei, und hoffe, dass der jetzt, was ist das, jetzt kommen denn mit Toggekiss, der Spukball hat aber gesellt, was ist, was macht er denn, ich habe gedacht, er schildet jetzt, ich kann ganz gemütlich dann vielleicht die Jäger reinholen, der ein bisschen noch was aushält, aber mit Stahl ihm entgegen wirkt, aber, er schildet jetzt nochmal, Verteidigung steigt, Angriff steigt, boah, ich mache dich fertig mit dem, oder was, und jetzt noch ein Spukball hinterher auf deinen Kumpadre, das ist ja genial, du kannst nicht mehr schilden, und ich habe dich auch komplett zerfetzt, und jetzt hast du noch Toggekiss, aber ich, ey, ich habe noch ein volles Dialga, und noch ein, und noch ein Schild in Pedo, ich habe noch alles, am Ende hängt es immer kurz, warum hängt es denn, was, Sultan Hengst, warum, eins, weiter, Meister, rein, und war das mit Tee, ich habe gar keinen Tee gemacht, das ist ja auch kein Stream, du brauchst ja auch keinen Tee, ist ja nur eine Stunde, kannst du ja absetzen, oh, Chris Pina, Toggekiss, Toggekiss, LKW Kiss, 3,8 gegen 3,3, schwache Verbindung, für wen, für mich, für ihn, er ist raus, er wechselt, er hat Melmetal, ich wechsel, ich auch hier drauf, machen wir mal, so, 4, 4,1, 4, Spukball, schnell, aufladen, nicht schilden, nicht jetzt, Adi, nicht jetzt, lass das weg, Kraft, Kolotz, ey, jetzt ist sein Angriff auch noch gesunken, das heißt, was ist los mit ihm, der weiß mit dem Biest nicht umzugehen, er schildet noch nicht mal, dann kann ich ja jetzt wirklich immer gleich auf Unheilböen gehen, egal was er jetzt macht, ich habe sehr gute Karten, Lichtkanone, ja, wieso habe ich das jetzt gemacht, der wäre doch eh gleich umgefallen, naja, egal, ich kann es nicht mehr rückgängig machen, so, und, wir haben Toggekiss, ein Toggekiss, for you, noch ein Spukball, dann hat er wenigstens ein Schild weg, genau, Schild ist weg, wir warten und nehmen unser Toggekiss rein, er kann schilden, schilden, nee, wir lassen es mal durch, einmal, Antikkraft, okay, hoffe, er steigert sich nicht, er geht wieder raus, ich weiß nicht, was der macht, der verwirrt mich gerade, Stahlobor, was willst du denn jetzt, der hat wieder Bodenzeug, wir müssen mit dem, auch, Eisenschädel, das hätte ich, hätte ich doch gar nicht, immer noch ein Schild, ich kann gerade das nicht kommentieren, das ist mir gerade zu viel, deswegen, abgewehrt, okay, kein Schild mehr, ich habe noch ein Schild, nutze ich mein Schild, ich nutze mein Schild, macht der jetzt Bohrschnabel, Schlagbohrer, irgendwas, Schlagbohrer, Schlagbohrer, ja, hätte gesessen, aber, ist raus, ist raus, er ist raus, er ist wirklich raus, und, ich habe gleich mein, Eisenschädel voll, gegen das Toggekiss, okay, passt, das heißt, mein anderes Toggekiss, kommt gar nicht mehr zum Einsatz, gut, dass ich gewechselt habe, so, raus, fertig, kann sich das Schilling warm anziehen, das sage ich euch, ist jetzt die 2 oder die 3, es war, man hat es gar nicht gesehen, es war irgendwas dazwischen, dann bin ich von 9 auf 10, von 10 auf 11, 11 auf 12, das sind 3 Sets dann nur, gut, wahrscheinlich kommt noch ein Viertes dazu, beim letzten Mal habe ich 6, nee, 5 Sets gespielt oder irgendwas, Sack, ja, kann ich glaube ich auch einfach, was kann der, ach, der kann Knudler, irgendwas, der kann Knudler, und der kann auch, lass mal durch, das ist schon Knudler, verdammt, naja, egal, der kann Knudler, und der kann irgendwas mit Kampf, und jetzt hat er mich geknuddelt, wir knuddel mal zurück, mit Stein, ich knuddel ja eins, zack, super, 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 jetzt noch 2 Rückwärts-Saldos, und dann bitte, nein, wir müssen schilden, obwohl das eh gleich tot ist, wir müssen gucken, was danach kommt, und schon mal versuchen, was aufzuladen, Mellmetall, ja, und jetzt wechselt er wieder, und auch noch auf die Jalga, das ist ja noch schlimmer, dann warte, lass uns gleich den Spukball probieren, ich glaube, das Ding habe ich verloren, das ist jetzt einfach so, Spukball abgewehrt, der ist stark gegen mich, ich kann nichts machen, geht der wirklich jetzt auf Dragomedeor, oder was, heute habe ich doch noch eine Chance, wenn ich aushalte, Nebentor, Nebentor, ähm, nachher mache, dann verstehe ich es nicht, wie geht das, ich schwöre, bei mir würde das niemals funktionieren, wenn ich sehe, das eine ist voll, ich gehe aufs andere, das ist das andere komplett leer, und ich kann es gar nicht einsetzen, es braucht so lange, um zu laden, diese scheiß Spielmechanik, die einfach nicht in meinen Kopf reingeht, ich habe das jetzt so gut durchdacht, ich wehre ab, sein Dragomedeor, bis der den dann nochmal voll hat, seine, äh, Stahlattacken machen mir gar nichts, und dann habe ich einen vollen Eisen, einen vollen Dragomedeor, gegen das Melmetal, das einfach trotzdem stark und kräftig daherkommt, dann von der Attacke her, aber, nix, das Spiel ist ja für ihn, das Spiel ist ja für ihn, du kannst nicht zehnmal die gleiche Attacke hintereinander aufladen, das können nur die Gegner, mhm, das geht nur bei manchen, mhm, soll ich das ausprobieren beim nächsten Mal, wenn ich das habe, und habe es voll, dass ich es nicht mache, das andere mache, und das andere aber auch schon wieder voll habe, also wenn man versteht, was ich meine, dann ist das ja das genau, um was es gerade geht, was mich gerade schon wieder, triggert, tsch, 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 na egal, wir machen ein bisschen Aerobic, mit Rückwärtssaldo, und dann, sieh die Welt schon wieder anders aus, wo ist denn der brennt ein Ten, wenn man ihn mal braucht, kannst du mir das mal erklären, schreib es mal in die Kommentare, jetzt schon wieder hier, Metagross, und er wechselt natürlich, und Dragoran auch noch, wieder hat er mein Ding versaut, und hat dann immer noch Metagross am Start, es kotzt so an, wäre ich einfach drin geblieben, bis ich gestorben wäre, dann wäre es auch egal, ich darf einfach nicht mehr wechseln, und das bringt nichts, wechseln ist wirklich für die Katz, für Katz Hayashi, wenn ihr kennt, na komm, einmal, einmal wehre ich es mal ab, aber dann lasse ich mich sterben, das ist mir jetzt egal, obwohl wenn ich ihn jetzt umbringe, ich bringe ihn jetzt um, ich wehre nochmal ab, damit ich ihn umbringe, damit ich dann vielleicht doch einmal, auf sein Metagross, was draufhauen kann, was wohl nicht funktioniert, bis mein Spukball nämlich voll wäre, wäre ich schon tot, deswegen muss ich es jetzt so machen, gegnerische Arsch-Tagge, gut, gegnerische Arsch-Tagge, dann komm du rein, du machst Sternenlieb, das ist okay, muss jetzt taktisch klug vorgehen, ich muss jetzt hier so machen, jetzt mache ich aber diesen, und versuche den Rest dann vollzuladen, dass ich, äh, ich verstehe nie, verdammt, vielleicht reicht es ja auch, wenn man einen, einen, einen Eisenschädel macht, oder? Dragomedeor, Dragomedeor, ui, Dragomedeor ist voll, dass wir den auch mal sehen können, hab bis zur Hälfte geladen, dann hab ich gewechselt, hab den anderen geopfert, damit ich jetzt die restliche Hälfte laden kann, sing, erst denken, dann handeln, einfach weggeschmiert, den Bacillus, du hast gewonnen, genau, ist aber immer noch einer offen, aber drei, drei von vier bis jetzt gewonnen, wir können noch vier von fünf machen, also einen erst verloren in dem Set, und es gibt wieder eine Pokémon-Belohnung, da bin ich ja auch total gespannt, Melmetal, ja, dann wechsel ich wieder auf Giratina, und er wechselt auch raus, auf Zarude, ich mein, Zarude hier mal zu sehen, finde ich eigentlich cool, ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich Zarude als Gegner sehe, in der Meisterliga, freut mich, Zarude, dass es dir so gut geht, aber der macht kaum Schaden, das ist auch gut, und ich kann schon wieder, er hat abgewehrt, ich wehre auch jetzt ab, er hat abgewehrt, ich wehre ab, und dann wehrt jeder andere auch ab, was macht der überhaupt, findest du Aura, ne, das ist okay, dann mache ich Spukball auch, ich mache auch ein Spukball, drauf, so, nochmal abgewehrt, das heißt, er hat gar nichts mehr, ich muss es irgendwie überleben, ich muss es irgendwie überleben, überlebe ich das? wir probieren es mal aus, ob ich es überlebe, ja, ich wechsle jetzt mal hier drauf, gegnerische Attacke, nicht schilden, fast verdrückt, der wird jetzt eh wieder wechseln, auf Melmetal, ich kenne ihn doch, da, und wieder gegnerische Attacke, nicht schilden, lass das Schild weg, lass das Schild weg, lass das Schild weg, ja, dann mach halt so, mir egal, der muss jetzt sterben, ich hätte dich vielleicht trotzdem gebraucht, für Zerude, aber egal, ist das überhaupt gut überlegt, im Endeffekt, schafft es das Giratina gar nicht, mit dem Spukball, den umzubringen, na, 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 vor allem kenne ich sein drittes Pokémon auch nicht, lass es durch, das war gut überlegt, ich wusste nicht, ich wollte erst abwehren, aber ich dachte, ach komm, lass durch, ich hab's durchgelassen, war Quatsch, aber dafür kann ich jetzt vielleicht mit den Unheilböen ihn vernichten, und sehe schon mal dann, wie es weitergeht, immer noch Zerude im Schlepptau, der hätte bisher alles abgewehrt, machen wir auch mal hier was Kleines, war nicht so effektiv, das wussten wir ja schon, Verteidigung steigt, der Rest steigt auch, wir haben noch ein Schild, vielleicht können wir uns jetzt ein bisschen aufpushen, immer noch ein Schild, das auf, egal was als letztes kommt, wir ein Dragomedeon draufknallen, finster Aura, macht jetzt auch nicht so viel, er wechselt, und oh, er hat noch einen Sackjahn, wir brauchen gar keinen, muss ich abwehren, wir brauchen gar keinen, Dragomedeon, wir brauchen nur Eisen, Eisenwurst, so, Eisenwurst, Verteidigung sinkt, jetzt schnell, die Eisenwurst, auf das Fee-Pokémon, geschmissen, hau den Lukas, wunderbar, und jetzt irgendwie müssen wir noch Zerude besiegen, einen finster Aura, werde ich doch wohl noch wegstecken, können, außer der hat noch was anderes, der hatte nicht nur einen Move, oder, finster Aura, doch, noch ein bisschen übrig, lass uns den Rest weg machen, er ist tot, wir haben auch das Zerude besiegt, und da ist es, holt alles ab, holt die Schweine aus dem Ofen, Bablu, hey, hey, uch, da ist gleich die ganze App weggeflogen, und der Ball runter, das Bablu schuldet mir jetzt einen Ball, ganz offiziell, ich schwöre auf alles, mal lager, verstehe ich es, so, können wir auch mal bewerten, ich weiß gar nicht, nach was wir hier suchen, 15, 11, 15, hol ab, und tief Luft, oh, ist nischt dein Ernst, da fehlt noch was, um weiter zu kommen, da muss ich wohl mich noch ein bisschen anstrengen, wenn wir zwei Siege, dann ist der Rang drin, aber ich möchte natürlich wieder drei, ich werde jetzt noch ein Fünfer Set spielen, und dann ist es auch wieder rum, dann ist es rum, wie das Getränk, du wechselst, du wechselst, du, 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 dann wechsle ich jetzt aber auch, warte mal, ich habe damals mal gelernt, dass das ja auch ganz gut funktioniert, wenn ich mit dem hier drauf haue, dann können wir es auch mal durchlassen, hat wenigstens nicht auf ein Mewtwo gewechselt, das ist schon mal ein gutes Zeichen, Donner, nix, kleine Geister-Symbole, fliegen umher, kleine Geister-Symbole, es werden immer mehr, so, holt er jetzt sein Anfangsding zurück, oder zeigt er uns sein drittes, seine dritten, zeig uns deine dritten, Toyota, natürlich darf ich nicht wechseln, ich wehre mal einmal ab, damit ich einmal einen Spukball draufzimmern kann, um zu gucken, was passiert, und dann kann ich ja wieder wechseln aufs Togekiss, aber dann kann der auch wieder wechseln, und naja, vielleicht hat er dann wenigstens keinen, ach, jetzt ist er plötzlich mit Mewtwo drin, noch besser, dann machen wir jetzt schon Unheilböen, lass mich jetzt Unheilböen machen, Mann, Durchfall, Mann, dann müsste ich doch mit Togekiss, aber gegen beide jetzt eigentlich recht gute Chancen haben, also wir wühlen hier ein bisschen an dem rum, wechseln jetzt mal, stecken die Attacke von ihm ein, und haben dann noch seinen Ivelthal, Psychostoß, ja, jetzt ein rückwärtssaldo, und ist er weg, Ivelthal nochmal am Start, guck mal, Ivelthal, du bist flug, ich hab Antikkraft, hat er noch ein Schild, weiß ich gerade gar nicht, Antikkraft, zack, ja, na klar, hat er noch ein Schild, rückwärtssaldo, rückwärtssaldo, bum, 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 und nochmal, und nochmal, und nochmal, das ist jetzt egal, das ist jetzt vollkommen egal, das stört mich jetzt nicht die Bohne, so, der weg, der ist noch da, hier, Günder haben wir auch noch, Günder macht jetzt hier noch ein paar Moves, Heldchen, die Wiedergeburt, so, vorbei, was ist das da unten, da ist gerade irgendwas fertig geworden, jetzt hab ich es nicht gesehen, weil mein dicker Daumen davor war, 1486, das ist nicht viel, wie ihr seht, also es gibt Leute von euch, die haben da schon 5000 oder so drauf, auf dem Zähler, also ich spiele sehr selten GWL, Rams ist der Dichte, 11, Uke, crazy, Florgis, ist auch Fee, könnte man auch nutzen, oder, Florgis als Fee, achso, ja, eine große Abstimmung, was ist besser, Florgis, oder, Togekiss, oder, Felidara, machen wir weiter Moves, und drehen uns im Kreis, was soll der Scheiß, machen wir nochmal solche Stimme bitte, habe ich bisher fast gut überlebt, also Florgis teilt jetzt nicht so kräftig aus, und setzt mich nicht so sehr unter Druck, wie es ein Mewtwo macht, vielleicht sollte ich einfach Mewtwo reinholen, steigt, 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 Abwehr hin und her, ja, jetzt würde ich doch aber einmal drücken, nicht, dass alles umsonst war, jetzt sind mir die ganzen Samyang Nudeln vom Mittag hochgekommen, so, eins, zwei, was hast du jetzt, nichts Stahl, ich wechsel natürlich nicht, ich warte jetzt bis ich tot bin, weil wenn ich jetzt auf das, wenn ich jetzt auf meinen Giratina wechsle, und er wechselt dann wieder was anderes, ne, ist Quatsch, also warte ich bis ich tot bin, und hole dann erst meine Yalga, so konnte ich dann wenigstens noch ein Schild rausziehen, jetzt, Giratina, meine ich, wieso rede ich die ganze Zeit von anderen Sachen, Giratina, er wechselt wieder, er geht auf Garados, dann gehen wir hinterher, wir Garadosieren dich, so wie du da stehst, was kann der denn, Drachenpuls, Windhose, Knirscher, okay, er kann halt jetzt Knirscher, so, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, das Schild hebe ich mir auch auf, meinen Giratina dann, egal was jetzt hier passiert, hebe das auf, für Giratina, Metagross, ja, lass halt durch, ich hätte es jetzt auch nehmen können, für, für die Yalga, und dann vielleicht doch ein Dragomedior hinterher, aber ne, wir gehen auch nur mal sicher, der ist tot, hat seinen Move gemacht, wir haben unseren voll, trotzdem noch ein Schild, aber eigentlich müsste er jetzt umfallen, und der ist auch umgefallen, gut, ach, der Fortschritt von dem Kampfticket, geht immer, weiter hoch, natürlich, und wahrscheinlich ist eine Stufe voll geworden eben, wo man dann wieder Staub kriegt, das, das ist das, was da anzeigt, ganze Zeit, mir zieht sich der ganze Magen schon wieder zahm, es gab zum Mittag schon wieder zwei Packungen Too Spicy, das geht ein bisschen im Magen rum, und dann, deswegen, noch eins schaffe ich nicht, das muss das letzte Fünferding sein jetzt hier, rückwärts, rückwärts, Saltoto, einmal durchlassen, wird ein Spukball sein, ja, er wechselt auch, dann wechseln wir jetzt auch natürlich, obwohl das ist fies, eigentlich hätte ich auch auf Dialga wechseln müssen, fällt mir ein, dann hätten wir wenigstens Drache gegen Drache, und uns so gegenseitig ein bisschen hin und her geschmissen, naja, egal, ich habe nur Stahl oben gesehen, und habe einfach gewechselt, ich habe nicht gesehen, dass es Dialga ist, so, wir hätten wahrscheinlich bei mir jetzt auch ein paar, es hat nicht mehr, es kam nicht mehr zum Spukball, ich habe auf Spukball gedrückt, hallo, er hat nicht geladen gehabt, und jetzt, ich weiß nicht, was er macht, deswegen, ich schilde lieber nicht, dass der doch ein Dragomedior jetzt in Pedo hat, es ist bestimmt ein Eisen, oh, na dann war es gut, dann jetzt Rest hier weg, so, tschüss, Bruno Banani, jetzt kommst du mit deinem Giratina zurück, das kannst du machen, da kann ich nämlich auch noch ein bisschen was drauf machen, so, habe noch ein Schild, und du hast keins, und jetzt gehe ich hier auch noch mit rein, wieso wechsle ich fünfmal, ich weiß doch gar nicht, was dann kommt, das hätte bestimmt doch, sogar beim Dialga noch gepasst, aber egal, den haben wir jetzt hier weg, kommt noch was Drachenartiges, ja, da kommt noch ein Knackrack, und wir müssen jetzt viel, viel, viel Schaden machen, gegen das Knackrack, wir machen nicht nur viel Schaden, wir machen den gesamten Schaden der Welt, den es gibt, oh, und wir haben ja noch ein Schild gehabt, wo ich aus Versehen drauf gedrückt habe, es jetzt aber das Schild mitgemacht hat, Sandgrab, zack, und noch ein Antikkraft hinterher, dafür legen wir das sogar jetzt einfach mal auf den Tisch, damit, ich halte die ganze Zeit das Handy nämlich hoch, vor die Kamera, dass ihr mich nicht seht, um Werbung zu machen, in eigener Sache, dabei kann man es auch auf den Tisch legen, beim Wischen, ansonsten natürlich nicht, so, da fliegt der Funke über, du, das waren noch jetzt 3 von 5, und 3 gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, also die Pokémon-Belohnung müsste schon wieder safe sein, außer ich habe einen verloren, aber dann wären es 4 von 5, mit 3 zu 1, also 3 habe ich gewonnen, wären wir da 3 von 5, oder, ja klar von 5, ach, ihr wisst, ja egal, ah, das ist schlecht, das ist schlecht, da müssen wir rauswechseln, und er wechselt natürlich auch, und er wechselt auf einen Toggerkiss, so ist der Brauch, den werde ich wohl verlieren, weil wir am Anfang den kürzeren gezogen haben, ja, das ist das Würfelglück, was entschuldigt, oh, Brandon Ten in the house, hui, kommt noch einmal Unheilböen, als ob der jetzt abwehrt, er macht die ganze Zeit nichts, und lässt sich einfach umbringen, aber das bringt mir auch nichts gegen das Mähmetall, weil, ja, das ist halt, trotzdem mir zu stark, alles, Schild nutzen, sinnlos, wirklich komplett sinnlos, weil, der bestimmt jetzt reinkommt, bis ich irgendwas vollgeladen habe, wir müssen probieren, auf den Spukball zu gehen, dafür muss ich sogar mir ein zweites Schild noch opfern, ungern, ungern, aber, ich weiß mir nicht anders zu helfen, und da ist der Spukball, und wenn er den jetzt nicht abwehrt, dann ist er wirklich dümmer, als die Polizei erlaubt, und er lässt den durch, er gibt mir noch Chancen, er mag mich, glaube ich, und wir können sogar noch mal Unheilböen zünden, jetzt ist aber das zweite Schild weg, warum lässt er das durch, was hat er vor, oder lädt er alles auf, weil er schon weiß, da sind die Alga dann kommen, ja, mit was macht man jetzt weiter, was macht er denn, Mann, der führt irgendwas im Schilde, er ist tot, ich verstehe es nicht, und er hat Stalobor, oh, oh, ja, der kann Stahl gegen Toggekissen nehmen, der kann Boden gegen die Alga nehmen, ach, Toggekiss, komm rein, mach mal ein paar rückwärts Saldos, ich denke mal, am Anfang wird das Toggekiss, erst mal wenigstens eine Attacke wegstecken können, erst mal gucken, was er macht, müssen dann vor der nächsten Attacke wechseln, einfach, Steinhagel, ja, das hat jetzt, ist man, ja, das ist direkt schon wieder dran, verdammt, noch ein Steinhagel, oder was, ich hätte fast einen Move machen dürfen, und jetzt den Rest mit die Alga machen, das wird schwer, wenn er jetzt zweimal Bohr, Schnabel macht, Schlagbohrer, meine ich, wie soll man Bohr, Schnabel, Schlagbohrer, Bohr, Schnabel ist bestimmt, einen Flug-Move, und wir dürfen, wir dürfen den Eisenschädel machen, wir sind halbtot, fast tot, dreiviertel tot, wir sind acht Zehntel tot, wenn man das ausrechnet, und haben gewonnen, hehehe, oh, ich hoffe, das ist das fünfte Ding, ey, genau eine Stunde aufgenommen jetzt, und acht Sekunden, neun Sekunden, das ist das letzte, oder? Nein, es ist immer noch ein Kampf über, aber ich muss doch eigentlich mal, auf die Toilette, hm, 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 pro, Kontenanz, hier, Kontenanz, Mr. Mbit 2019, ho, oh, 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 Antikkraft, gegen Feuer, gegen Flug, darauf freue ich mich, bitte nicht auswechseln, ich weiß nicht, was der macht, eigentlich hätte ich schilden müssen, ich brauche dich dagegen, der verbrennt sonst mein Vieh, Sturzflug, gut, bin ich gleich tot, jetzt wechselt er, auch Mann, und dann auch wieder auf die Jalga, dann kommt mich jetzt mit Unheilböen, mir ist es egal, wenigstens habe ich mein, mein Move nicht gezündet, sondern konnte vorher wechseln, also falls er mit dem Ho-Oh noch mal zurückkommt, dass ich trotzdem dem noch was entgegenzusetzen habe, schilde ich ja auch mal, weil ich den Rest, denke ich, jetzt mit dem, oh, er ist bis auf Drago-Medeior gegangen, und dann hat er ja jetzt sowieso weniger Angriff, hier wird es ihn hoffentlich jetzt vernichten, na 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 na, so, raus, jetzt mit dem Ho zurückkommen, Angriff steigt, Verteidigung steigt, er hat einen Sekrom, Sekrom reingeholt, So, wir können weiter böhern, aber unheilige. Abgewehrt, abgewehrt. Ich brauche das Togekiss gegen sein Ho-Oh, glaube ich. Und deswegen wollen wir uns jetzt hier das Dialga rein. Vielleicht hat er einen Elektromove voll, wir wissen es nicht, er hat einfach so schnell gedrückt. Er hat nur einen Stromstoß, passt. Also weiter, zack, zack, zack. Jetzt kommt er mit dem Ho-Oh und jetzt setze ich die Antikkraft ein, pass auf. Achso, ja, er hat noch ein Schild. Vielleicht ist sein Schild auch voll. Ja, er hat sein Schild genommen. Dieser Dreck hier. Also machen wir lieber zwei Rückwärts-Saldos, gehen nochmal hinten raus, versuchen jetzt... Oh, wenn der Sturzflug macht, vielleicht macht der was? Erdbeben? Ach, na gut, zum Glück haben wir abgewehrt. Schaffen wir es denn jetzt so runterzubatchen? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe lieber auf Nummer sicher, mache einen Move. Wir hätten ihn versuchen können natürlich mit den Quickmoves jetzt umzubringen und Dragometeor aufzuladen und auf Sekrom einfach einen Dragometeor zu schleudern und fertig. Aber wir müssen es leider so machen und dann hoffen, dass er nicht vor mir voll ist. Wird er aber wahrscheinlich sein, ist er, obwohl er nur noch so wenig Energie hat und es ist egal, was er macht. Es wird reichen in seinem schwarzen Latexanzug. Knirscher reicht. Letzter Kampf verloren. Mensch, aber vier von fünf, glaube ich, gewonnen. Äh, das lag an meinem, weil ich aufs Klo muss. Da konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Und ein Onyx. Onyx? Onyx. Was hat das? Zwölf, zwölf, zehn. Gut. Dann geben wir uns jetzt Rang zwölf. Das ist sehr schön. Das passt. Da freue ich mich total. So, das ist Rang zwölf. Das war's von meiner Seite aus. Uh, Tarnel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Da sitzt das wilde Pokémon und ist viel besser als alle GBL-Belohnungen zusammen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und genau. Was ist der beste Feenangreifer also für die GBL? Togekiss? Fuegro? Ne, Floerges. Wie hieß die Blume? Floerges? Oder Felinara? Soll ich Togekiss lassen? Soll ich die Felinara lieber nehmen? Was sagt ihr? Schreibt's mir rein. Peace out, Vorhaut. Bis zum nächsten Mal.